Ihr habt es alle mitbekommen, tatsächlich. Es ist schneller gegangen, als wir es erwartet haben. Die Jasmina und die Zeron sind bei uns. Es geht ihnen wunderbar. Sie sind sichtlich müde und nach dieser langen Reisezeit müde. Sie sind im Innenbereich. Sie lernen die Umgebung kennen. Sie lernen die Tierpflege kennenlernen. Es gibt so viel Neues zum Entdecken. Das braucht alles Zeit und Geduld. Diese Zeit geben wir ihnen. Wir möchten uns aber vor allem herzlich bei euch bedanken für die Unterstützung. Die Spenden, die eingegangen sind, hat uns so vieles ermöglicht. Und auch zukünftige Spenden unterstützen uns bei unseren Missionen. Wir möchten noch so vielen Tieren helfen und ihnen einen schönen Lebensabend ermöglichen. Selbstverständlich werden wir euch die Tage auf dem Laufenden halten. mit kurzen Videos und Bildern vom Innenbereich. Aber auch die ersten Schritte in der Aussenanlage. Gestalt der Tingi. Wir führen hier ein bisschen Tagebuch von diesen zwei Schwesterern für euch. Und so sind sie immer fleissig informiert, was gerade so läuft bei uns. Und es wird sicher spannend. Wir danken euch vielmals. Merci. Tschüss. Tschüss.